so eine der typischen einzelaktionen hat der block anzater block und das er wirklich schwieriger wo defensiv rebond das ist das ist etwas wenig für mal war es aber ein extrem starkes double double die zweierquote von bonn auch heute die über die ganze saison auch auf aussichtsreichen positionen zu schwarzen verzweifelt als head coach dann läuft frazier mit dem kopf durch die wand und vergibt den nächsten die schlussphase des dritten viertel weiter in eine zweistellige führung gute ball bewegung alle pässe glaubt das auf holk ist auf holk ist preko ruke jula sitritsa und der top scorer der kalt mal melkt die grundsäure pflichten das muss ich einfach mal was einfallen das ist gegen diese defensive da haben sie eben auch jetzt ist es zu einfach der heute fiel auf dieser position 4 spielt das hier gut wenn sie das durchhalten wenn es so bleibt dann werden sie einen bbl rekord aufstellen für die meisten dreier versuche irgendwo attackiert oder viel abstand gehalten so stark alle bewegung 1 gegen 1 pick and roll die müssen jetzt aufpassen weil die märlins haben nicht nur ihre top formation drauf sondern eben auch diese berühmte vierte viertel energie und dann geht es schon mal rebound stimmt es bei kreisheim starke offensiv rebound von hawkins was jones ist da gutes passspiel hawkins weiter zwei jahre zwei ballhändler und wieder russl gegen rados samlewitsch hawkins morgen fast der ballverlust das war ein astreiner block von fabian bleck Zieta, das Foul geht an die Linie, das Foul geht gegen DeBain Russell, wenn ich das richtig sehe. Also, der hat die Dreier bisher hochprozentig getroffen in dieser Saison und nimmt den Dreier zu kurz. Tragic, offensiv faul. Und der Nachwurf und der Pass da und dann gibt's auf der anderen Seite auch die Chance. Sonst kann der Pass sparen, sagt Danke, Herrera auch. Nein, aber Hawkins mit dem Tipp in. Und gleich... Schöner extra Pass. Das ist tollen Basketball. Das muss man... Das ist natürlich... Bain in Merlitz. Das ist ein Ball auf der Zuschauerin gelandet. Oh, stark! Das ist individuelle Kraft. Und das ist ein Ball auf der Schönerin gelandet. Das ist interessant für den Trennungen, und genau für 10 gewissen Ball. Auf der Schöner hat den Stur. Das ist das Verrückte, neue Angriff. Hawkins hat die 30. Es gibt 8 Unterschiede. 52, 44. Der Ball ist für die Haukings. Auf der Schupe 4. Die Schupe 4. Die Schupe 3. Die Schupe 4. Die Schupe 3. 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 Kraltsheim hat gut dagegen gehalten. Er war dran. Ende des 3. Anfang des Spiels. Schön von Lucic über den Block gegangen. Und dann nochmal. Und trotzdem der Treffer. Wenn er sich gegen die Bayern erlauben darf, dann sind es Ballverluste. Der zählt. schöner guter pass zweiter pass ist optimal dann schauen wir mal morgen ist raus das war zu optimistisch von bimbo starr auf nur fast an den ball hawk auch kovacevic findet hier noch mal direkt gekommen ist ein rafel findet den freien es ist auch nicht mehr so viel mit die wante hawkens bis zu bescheuert hawkens gegen balding Das sind keine guten Würfe. Der macht ihn rein, aber... So, Hund ausgerutscht. Und Hawking. Nur noch sechs. Und der zählt. Natürlich auch. Da weiß man, wie sehr er auf eine Mannschaft über den Teamgeist, über die Mentalität... Und jetzt geht's zum Korb. Macht die Punkte trotz des Vs. Die attackieren den rechten Korb in den ersten 20 Minuten. Gleich mal rein in den Post. Schöner Spin. Die Situation auf beiden Seiten hat man schon, wo die Wurfuhr quasi schon abgelaufen war. Und dann so ein Notwurf her musste, so wie jetzt. Er will das 1 gegen 1 gegen Lukas Meisner. Step back und der step through fällt super. Das zeigt, dass er noch im Gesicht getroffen wurde. Ja, aber auch das... Aber das... Hawkins kommt. Vielleicht der Pass von ihm, 2 gegen 1, ein 2 gegen 2, Hawkins, und das ist ein 1.